Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie für uns Menschen spielt auch bei den vierbeinigen Hausgenossen die richtige Ernährung für Gesundheit und das Wohlbefinden eine wichtige Rolle. Immer mehr Konsumenten entscheiden sich darum für die GOP-Exklusiv-Marke Bingo. Diese Vollnahrung, die in ausgewogener Zusammensetzung alle Nährstoffe, Aufbaustoffe und Vitaminen enthalten, die ihren Hund zum Gesundbleiben braucht. Weil aber auch die Hunde gerne Abwechslung haben, gibt es Bingo als Ragu, als Diné oder als Menü. Alles in verschiedenen Sorten und für kleine und grosse Hunde. Etwas, was sich auch bei einem Profi wie Herrn Kühnzi aus dem Hundenferienheim Forellenbach bewährt hat. Je nach Gewicht, Alter, Rasse und Temperament brauchen die Hunde unterschiedliche Mengen von Nahrung. Das Bingo ist mit den Portionen optimal auf die verschiedenen Bedürfnisse von meinen Kostgängern abgestimmt. So gibt es nie grosse Reste und das Futter bleibt immer frisch. Für unterwegs und zwischendurch gibt es jetzt neue Belohnungssticks von Bingo. Und als Ergänzungsnahrung sorgen Bingo Biscuit zusätzlich für kräftige Muskeln und ein glänziges Fell. Sie sind gut für die Verdauung und fördern den Aufbau der Knochen. Mit der Exklusiv-Marke Bingo offeriert Ihnen GOP also ein sicheres und ausgewogenes Ernährungskonzept, Ihrem Hund zu lieb. Und auch der Preis ist ausgewogen, Ihnen zu lieb. In einem ganz normalen Tag klingen Kinder lachen hell hinein. Ein Liebeswort, ein kleiner Blick, ein ganzer Tag voll Sonnenschein. Dein Wertes ist genauso seins, so glitzernd golden und so reich, so sannig und unheimlich gut, ihr seid einander gleich. Wertes, und du spürst genau, was man im Leben nie vergisst, wenn jemand, der dich liebt, dir sagt, dass du was ganz Besonderes gibst. Bevor es sich Evillon nennen darf, wird das Wasser der Alpen von Gletschersedimenten während Jahrzehnten mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von drei Zentimetern pro Stunde gefiltert. Evillon. Das Wasser, das Sie trinken, ist so wertvoll wie die Luft, die Sie atmen. Das Angebot an Gemüse aus biologischem Anbau wird in unseren Läden immer grösser. Im Moment hat es unter anderem schönen Lauch. Und soviel ich gesehen habe, macht unser Gast Armin Amrein vom Bürgerstock damit eine besonders feine Suppe. Richtig, und zwar eine, die es nicht jeden Tag gibt. Grüezi miteinander. Kackte Schalotte und in Räuel geschnittenen weissen Lauch im Anken andünsten. Mit Hümerbouillon angiessen und aufkochen. Härtöffelscheiben dazugeben und alles weich kochen. Die Suppe pürieren und an den See passieren. Rahm und gräbnen Greyerzen dazugeben. Noch ein bisschen Anken einrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmücken und alles in vorgewärmte Teller verteilen. Die Garnitür habe ich zum Zeitsparen schon vorher vorbereitet. Zwei Lammfilet rosa Braten und grüne Lauchstreifen in Mehl knusprig backen. Die Lammfilet jetzt in Scheiben schneiden, in die Suppe einlegen und ein bisschen geschlagenen Rahm oben draufsetzen und mit dem Lauchheu garnieren. Das Rezept für das Lauchsöppli mit Lammfilet finden Sie wie immer in der Coop-Zeitung und zwar auf der Seite mit den Aktionen. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Wer den brandaktuell Möbelkatalog noch nicht zu Hause hat, kann ihn jetzt bei jedem Top-Tipp gratis gut abholen. Neben vielen tip-toppen Neuheiten sollten Sie speziell die Seiten mit dem Orientteppich beachten. Dort finden Sie zwei Waren-Gutschein im Wert von 150 Franken. Einlösbar für handgeknüpfte Orientteppich bis Ende Jahr. Gut und günstig wohnen mit Top-Tipp Wenn Sie jetzt erst eingeschaltet haben, ist das zwar schade, aber Sie kommen gerade noch zur rechten Zeit für Ihren persönlichen Preisvergleich. Alles für die Katze ist jetzt im Multipack günstiger. Cha-Cha-Cha Premium in der Schale zum Beispiel gibt es für 3,50. Käsküche von Goldstar gibt es als 3 für 2 für 6 Franken. Omo-Konzentrate im Nachfüllbeutel kommen Sie für 11,90 über. Ausserdem offerieren wir Ihnen ein komplettes Fonduisette für 29 Franken. Bei diesen Leistungen möchte auch der Küchenchef vom GOP-Restaurant zurückstehen und offeriert Ihnen einen Naturaplan-Gemüsteller mit einem poschierten Ei für weniger als 10 Franken. Noch mehr profitieren können Sie ab Oktober mit der Profitierkarte von GOP. GOP Profit Plus gilt beim täglichen Einkaufen in allen GOP-Filialen, Warenhäusern, Bau- und Hobbymärkten in den GOP-Restaurant und bei den GOP-Partnerfirmen. Die neue GOP Profit Plus Karte bekommen Sie ab sofort gratis bei GOP Schweiz, Postfach 40,91 Basel. Hochwertige, aber preisgünstige Vollnahrung für kleine und grosse Hunde habe ich Ihnen heute vorstellen dürfen. Ebenfalls neu ist dann in einer Woche das grosse Angebot an Heimtextilien, die Sie in unseren Läden aussuchen können. Danke, dass Sie Zeit gingen. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! một